Keine Generalprobe für Adele in München. Am Freitag findet das erste von zehn Konzerten der Musikerin Adele in München statt. Aufgrund von Regen und Gewitter am Mittwochabend konnten die letzten Proben auf der extra für sie gebauten Bühne nicht wie geplant stattfinden. Das schlechte Wetter führte dazu, dass die Generalprobe abgebrochen werden musste, teilten die Konzertveranstalter mit. Laut Medienberichten konnten die Proben später am Abend aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen nicht weitergeführt werden. Rund 740.000 Besucher werden für ihre zehn Konzerte auf dem Gelände der Messe München erwartet.